69er Mustang und aus Kalifornien sehr sehr gute Überhänge hier hinten Rahmen und so weiter bisschen Flugrost das war's Überhang hier genauso gut Radläufe und so weiter auch alles sehr gut erhalten wie die Torqueboxen hier Original Bodenbleche Rahmen wie immer etwas verbollert auch die vordere Torquebox sehr gut erhalten hier wurde am Bodenblech ein bisschen gebastelt andere Seite ist noch gut originale Schweißpunkte alles noch so wie es vom Werk gekommen ist in San Jose und dann wird es ein